Mein Name ist Kasimir Debali. Nachdem ich mit 18 Jahren in die USA ging, schaffte ich es mit 25 Jahren in den Kader des NFL-Teams der New Orleans Saints. In der amerikanischen National Football League spielte ich insgesamt 62 Mal in sechs verschiedenen Profi-Teams. Zuletzt spielte ich in meiner Hamburger Heimat für die Sea Devils. Vor ein paar Wochen beendete ich meine Karriere. Hallo Kasim. Hi. Perusia möchte wissen, was bitte ist überhaupt die NFL? Ich würde sagen, es ist die größte und beste Football-Liga in der Welt, wo American Football gespielt wird. Wir haben einen Football, der aussieht wie ein Ei und das Ziel ist es, diesen Ball in die Endzone zu bringen. Aber im Prinzip ist es ganz einfach. Du hast den Ball, du hast vier Versuche einen First Down zu machen und das ultimative Ziel ist es, den Ball in die Endzone zu bringen und am Ende mehr Punkte als dein Gegenüber zu haben. Es gibt kein Tor? Es gibt ein Field Goal. Wenn du es nicht in die Endzone schaffst und nah genug am Field Goal ist, das ist wie ein Tor, aber die Stangen gehen hoch und dann kannst du durch diese Stangen den Ball schießen. Und wenn du das machst, anstatt sechs Punkte zu bekommen, wenn du einen Touchdown scorest und in die Endzone kommst, bekommst du drei Punkte. Und wir nennen das Field Goal. Sören Hansen möchte wissen, wie bist du damals auf Football aufmerksam geworden? Der Freund von meiner Mutter hat American Football gespielt und zu der Zeit gab es die NFL immer auf DSF abends um 23 Uhr. Und irgendwie fand ich es einfach cool und wollte es ausprobieren, habe ein Team gefunden, die Hamburg Huskies und seitdem spiele ich Football. Sehr langer Unterstrich fragt sich, wie hast du dich gefühlt, als du mit 18 Jahren in die USA geflogen bist? Alle meine Freunde haben sich super für mich gefreut und gleichzeitig waren wir auch super traurig, dass wir nicht wussten, wie die Zukunft aussehen wird. Aber ich war im Flugzeug, ich hatte eine Träne im Auge und als ich in Amerika gelandet bin, wusste ich ganz genau, was das Ziel ist, was mein Plan war und ab zur NFL. Reetzehn möchte von dir wissen, wie hast du es geschafft, dass dein Traum in Erfüllung ging? Kleine Ziele. Ich glaube, ich wusste immer, was der Traum ist und ich wusste immer, wohin ich möchte. Aber ich wusste auch, dass das nächste kleine Ziel das wichtigste Ziel ist, als ich in Deutschland war, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Als ich in der Highschool war, ein gutes Spiel in der Highschool zu haben, dann ein Stipendium fürs College zu bekommen, ein Starter in meinem College Team zu werden und wirklich Schritt für Schritt Richtung zum großen Ziel. LW fragt sich, was ist wichtiger, Talent oder harte Arbeit? Das ist einfach, das ist immer harte Arbeit. Ich habe die talentiertesten Jungs gesehen, die vielleicht nur ein Jahr gespielt haben. Ich habe Jungs gesehen, die gar kein Talent haben und wirklich einer der besten Spieler auf ihrer Position aller Zeiten geworden sind. Also harte Arbeit ist immer wichtiger. Wir sagen immer, your best ability is availability. Und dein Job ist jede Woche zu verlieren oder zu gewinnen. Und ich habe schon oft gesehen, wie ein Starter sich verletzt hat, ein Backup kommt rein, spielt ein gutes Spiel und dann ist er der Starter. Das heißt, da ist so viel Druck jeden Tag, jede Woche da zu spielen, dass egal was für eine Verletzung du hast, du nimmst lieber Betäubungsmittel, egal was es ist, Hauptsache du kannst spielen, weil du willst nicht deinen Job in der NFL verlieren, weil es könnte immer dein letztes Spiel sein. Wie gehst du mit diesem Druck um? Ich glaube, ich hatte die Ehre, sehr viele gute Mentoren zu haben. Was sie immer gesagt haben, Kassim, kümmere dich nur darum, was du kontrollieren kannst. Egal welcher Druck, egal was los ist, wenn du es kontrollierst, gib einfach 100 Prozent und der Rest wird schon kommen. Und ich glaube, die Menschen und die Football-Spieler, die nicht mit diesem Druck umgehen können, sind meistens die Spieler, die nicht lange spielen wollen. Ich habe auch Spieler gesehen, die hatten ein Probetraining und haben wirklich einen guten Job gemacht, haben gesagt, wir werden dich nicht unter Vertrag nehmen und die haben nie wieder gespielt. Einfach weil diese Frust so groß in ihnen war und die Enttäuschung, da sind sie niemals mehr zurückgekommen. Paul Arner fragt dich, wie oft warst du verletzt in deiner Karriere? Kurze Story. Und zwar, ich war beim NFL Combine und da gibt es eine Liste von jedem Spieler. Es sind 32 Doktoren um jeden Spieler drumherum und gucken sich dein Pfeil an und denken so, alles klar, alles klar, alles klar und es ist wirklich wie auf dem Fleischmarkt fühlt man sich. Und dann kommt ein Doktor zu mir und sagt, Schulter, Eck, Gelenksprengung, alles klar. Andere Schulter, Eck, Gelenksprengung, gebrochene Hand, okay. Und ich dachte, er hat acht Sachen vorgelesen. Ich dachte, oh Gott, er weiß, wie verletzt ich bin. Und dann hat er gesagt, hm, das ist ganz gut, ganz kurze Liste. Und in dem Moment realisiert man wirklich, wie viele Spieler sich so oft verletzen. Also ich habe beide Schulter, Eck, Gelenke gesprengt. Ich habe meine Hand gebrochen und dann wurde hier ein Knochen rausgenommen. Und ich hatte zwei Knie-OPs an meiner Patella-Szene. Und das war es eigentlich. Und für einen NFL-Spieler ist das eine sehr kurze Liste. Leonie Ritzi fragt dich, was war der schönste und was war der erschreckendste Moment deiner Karriere? Ich glaube, einer der schönsten Momente war mein erster Sack. Ich glaube, ich habe alles falsch gemacht, was man als Pass-Rusher falsch machen kann. Unser Starter damals, Junior Gallet, war ein bisschen erschöpft. Und das ist unser Zeichen, wenn du erschöpft bist. Und ich sehe nur, wie Junior so macht. Mein Herz rast. Boom, 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 boom. 180 Herzfrequenz. Ich laufe aufs Feld. Junior geht runter. Und auf einmal Aaron Rodgers. Wir spielen gegen die Packers. Aaron Rodgers steht da. Ready, set, hi. Ich laufe. Und man muss eigentlich als Defensive End tief bleiben und nach vorne kommen. Ich stehe direkt auf. Wie eine deutsche Eiche stehe ich da. Und der Tackle, der Gegenüber, puncht mich einfach auf die Brust. Okay, uff. Dann kommt der Running Back. Chippt mich mit seiner Schulter. Uff. Dann Aaron Rodgers ist dann aus der Pocket gelaufen. Und irgendwie war ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Erster Quarterback-Sack. Und das war ein super Gefühl. Dann auf der anderen Seite Carolina Panthers. Es ist vierter und drei. In meinem Rookie-Jahr. Und ich wollte immer da sein, das Play machen und Coach zeigen, hey, ich bin einer der Spieler, denen du vertrauen kannst. Es war auf zwei. Ready, set, hit, hit. Ich springe offside, Flagge. Neues First Down. Das Special-Team, wo ich drinne war, musste runter und Coach Sean Payton steht an der Sideline und guckt mich nur so an. Aida Bali. What the fuck was that? Und das sind Worte, die du nicht vor deinem Head Coach hören willst, weil es gibt andere Spieler, die verlieren so ihren Job. Also ich glaube, auf der anderen Seite, das war einer der Momente, die nicht so schön war. Fabian Buchner interessiert. Wie viel Geld hast du während einer Saison verdient? Das kommt drauf an. Also ich weiß noch ganz genau, ich bin ja nicht gedraftet worden. Ich war ein Free Agent und ich habe dann den normalen Basic Rookie Salary unterschrieben. Das heißt, ich sitze in diesem Raum mit den Finanztypen, mit den Vertragstypen. Boom. Casime de Bali. Drei Jahre, 1,5 Millionen. Wow. Okay. Ich weiß noch, ich wollte Mutti anrufen, ich wollte Opa anrufen, ich wollte die ganze Family anrufen. So, let's go. Ich unterschreibe und dann gucke ich auf mein Konto und ich habe 3.000 Dollar. Also mein erstes Gehalt waren dann wirklich nur 3.000 Dollar, weil über die Jahre, besonders als undrafted Free Agent, ist nichts garantiert. Über die drei Jahre kriegst du halt deinen prozentualen Share und musst dir über drei Jahre diese 1,5 verdienen und dann werden 50% eh davon mit amerikanischen Steuern abgezogen. Aber ich glaube, in meinem Rookie Jahr, der Durchschnitt war wirklich 30.000 die Woche. Aber es ist wichtig, intelligent damit umzugehen. Dr. Schredder fragt, was sagst du zu den gesundheitlichen Risiken deines Sports? Es ist ein Risiko, das man eingehen muss. High Risk, High Reward würde ich sagen. Das Wichtigste ist, dass man immer mit guter Technik spielt. Besonders in den 90er Jahren und auch in den 2000ern war das Spiel noch ein bisschen mehr physisch. Du kommst mit dem Kopf rein und dir war einfach egal, was passiert. Solange du mit guter Technik spielst und dein Kopf nicht irgendwie zu hart im Tackle ist, wirst du dich nicht sehr groß verletzen. Und ich weiß noch, in meinem ersten Jahr bin ich einfach einmal reingesprungen, weil du bist jung, dir ist alles egal, du willst einfach das Play machen. Ich war K.O. So für fünf Sekunden, alles war schwarz. Ich wusste nicht, wo ich bin. Und man sieht dann in der Zukunft Sachen wie Gehirnschäden. Das ist alles echt. Das heißt, mit besserer Technik wirst du gesünder aus dem Sport rauskommen. Evoli87 fragt sich, wie sieht ein typischer Tagesablauf eines NFL-Spielers aus? Normalerweise stehe ich um 7 Uhr auf, direkt ins Auto, ich rolle direkt aus dem Bett raus, gehe ich ins Auto. 15 Minuten bin ich immer zur Practice Facility gefahren. 7.30 Uhr Frühstück, Haferflocken, Weintrauben und Rührei. Und um 8 Uhr haben wir dann schon Team-Meetings. Und dann haben wir ein Walkthrough. Da gehen wir nur durch die Spielzüge, die in der Woche gespielt werden. Und dann haben wir für ungefähr zwei Stunden, vielleicht zweieinhalb Stunden, kommt drauf an, haben wir nochmal Training. Und danach geht es direkt wieder in die Meetings. Dann ist es schon 15 Uhr. Dann haben wir noch für eineinhalb Stunden Meetings. Und dann 16.30 Uhr, 17 Uhr bist du fertig. Aber die meisten gehen dann noch in die Eiswanne, in die Sauna. Und dann bist du um 6 Uhr zu Hause, guckst dir dann nochmal mehr Theorie zu Hause an. Und dann wirklich um 20 Uhr ist dann dein Tag zu Ende. LK fragt sich, gab es mal einen Moment, die deinen Traum fast platzen lassen hätten? Ich weiß noch, als ich 15 war, ich hatte damals eine Freundin, meine erste Freundin. Und sie meinte immer, Kassi, du gehst immer viel zu oft zum Training. Bleib mal mehr mit mir. Und wie jeder 15-Jährige habe ich gesagt, ja, okay, du hast recht. Football kann man eh nichts erreichen. Und ich glaube, diesen Mindset hatte ich für zwei, drei Wochen. Danach habe ich gemerkt, das ist nicht mein Mindset. Der Traum der NFL ist nie weggegangen. Aber ich weiß noch, in diesen drei Wochen war mir Football fast egal. Also ich dachte, ah. Und ich bin so froh, dass ich so gute Freunde hatte, die mir dann auch ein bisschen Feuer unter dem Arsch gemacht haben. Und ich hoffe, dass ihr genau solche Freunde habt, weil jeder braucht solche Freunde im Leben. 007 möchte von dir wissen. Hast du Tom Brady schon mal persönlich getroffen? Ja. Es war Trainingslager, West Virginia, Greenbrier Hotel, Joint Practice. Also wir haben zusammen mit den New England Patriots trainiert. Ich habe mich gestretched, Foamroll, ein bisschen Reha gemacht vor dem Training. Und Drew Brees und Tom Brady stehen zwei Meter neben mir. Und einfach so wirklich zwei der besten Quarterbacks aller Zeiten. Ich wollte eigentlich wie bei Space Jam die Jungs einfach anfassen, weil ich dachte, vielleicht ihre Skill und ihr Talent geht auf mich rüber. Tom Brady wirklich bei der Arbeit zuzugucken, das ist eine tolle Sache. Matt Max fragt dich, wie wird man so eine krasse Vollmaschine wie du? Opa hat immer gesagt, Kassim, du kannst 1000 Volt hier haben, aber wenn die Birne hier nicht brennt, dann ist alles egal. Und ich glaube, dieses Sprichwort habe ich bekommen, seit ich drei Jahre alt bin. Und ich glaube, mein ganzes Leben lang habe ich das mit mir mitgenommen. Einfach, was immer du dir vorgenommen hast, mach es mit Liebe, gib 100 Prozent und der Rest kommt schon. Sepp Stepp fragt dich, hast du alle Regeln beim Football verstanden? Je mehr ich Football gespielt habe, je länger ich Football gespielt habe, desto mehr habe ich verstanden, dass ich doch nichts verstanden habe. Ich dachte damals, als ich Flag gespielt habe, bin ich in die Jugend gekommen und ich war ein bisschen zu selbstbewusst. Und ich dachte, ey, ich habe Flag alles zerstört, ich weiß, wie Football funktioniert. Und dann habe ich erst mal richtig ins Gesicht bekommen in der Jugend und dann spiele ich Highschool. Und dann wieder das Gleiche, als ich dann am College war, wo auf einmal unser Playbook halb so dick wie eine Bibel war. Und dann kommst du in die NFL und dann ist es nicht nur ein großes Playbook, sondern du musst so schnell die Konzepte verstehen. Cover eins, zwei, drei, Blitze, die Defensive Line, Slanted, links, rechts, wo sind die Linebacker, wo sind die Drops? Und besonders, weil in der NFL alles so schnell ist, du hast keine Zeit, über irgendetwas nachzudenken. Du musst einfach nur sehen und dann Muscle Memory, du musst da sein. Also da habe ich wirklich realisiert, wie viel ich noch mein Football IQ erhöhen musste. Die besten Spieler aller Zeiten, besonders wenn ich jemand wie Drew Brees sehe, die hören nie auf, das Spiel noch mehr zu lernen. Du hast niemals genug gelernt und du hast niemals ausgelernt. Und das, glaube ich, ist auch noch, was die besten Spieler in der NFL ausmacht. Die wollen dir den Kopf abreißen, die wollen, dass du Blut spuckst. Aber solange es regelgerecht ist, ich weiß noch einmal, es war Tampa Bay Buccaneers in Tampa Bay. Und Tidane ist draußen. Und ich sehe ihn nicht. Und dann kommt er in motion. Und ich sehe nur den Quarterback und denke, oh, keiner blockt mich. Und dann ist es ein Toss auf die Seite. Und ich gehe einen Schritt hier und der Tidane kommt mit fünf Jahren Anlauf und ich gucke nach links, kriege mich unter meinem Kinn. Spuck Blut. Ich dachte, mein Zahn ist raus. Das war jetzt nicht unfair, aber ansonsten im College gab es immer so ein paar Rival Games, wo dann auf einmal jemand auf deinen Fuß tritt, wenn du eh auf dem Boden bist. Das sind so kleine Sachen oder einfach dir versucht, die Hand umzudrehen oder den Finger zu brechen, wenn du hier bist. Das sind so alle so kleine Sachen. Dirty Plays, die werden dir dann von den Coaches beigebracht. Daran kann ich mich auch noch erinnern. NTP interessiert. Wie funktioniert Trash Talk und welchen Einfluss hat dieser auf die Gegenspieler? Auf jeden Fall. Du versuchst natürlich nicht nur physisch ihn zu attackieren, sondern auch verbal und mental. Ich habe es auch gesehen, wie jemand aufs Side gesprungen ist. So ready, set, hit. Bam, bam. Zu früh. Flagge. Und auf einmal alle sagen, oh man, you suck. You don't even know the play. You don't know this, you don't know that. Und dann wirst du so wütend oder die Jungs, die da nicht mit K. kommen können. Und auf einmal im nächsten Spielzug machen die den gleichen Fehler nochmal. Ich glaube, so funktioniert der beste Trash Talk, wenn du wirklich jemand aus seinem Game bringen kannst. Hast du selbst einmal Trash Talk gemacht? Ich bin, glaube ich, ein sehr stiller Football-Spieler. Ich weiß noch meinen Spitznamen. Nach jedem Spiel musstest du dir den Spitznamen verdienen. Wir hatten Akeem Hicks, Defensive Tackle, 150 Kilo komplett, Vollmaschine. Und er hat einfach alles zerstört. Coach nennt ihn einfach mal Godzilla. Und dann hatten wir einen anderen Spieler, der immer jemand getackt hat. Und immer wenn er dich im Arm hatte, das war ein sicheres Tackle. Er war der Alligator. Weil wenn ein Alligator zuschnappt, das war's. Dann hatten wir Cam Jordan war der Shock. Weil wenn er zubeißt, das ist ein Sack. Mein Coach hat mich den German Shepherd genannt. Und dann hat er einen Militärschäferhund gezeigt. Sag nichts. Steht einfach da. Du sagst Fass. Und das ist alles, was er gemacht hat. Und das war wirklich die Identität, mit der ich gespielt habe. Nicht viel geredet. Sag mir einfach, was ich machen muss. Und dann mache ich den Rest. Asbach Kolenk fragt, wie präsent ist Doping in der NFL? In meiner Erfahrung, in meiner Karriere, habe ich nie jemand gesehen, der Steroide genommen hat. Besonders in der NFL, wir werden eigentlich immer getestet. Die Sekunde, wo du mehr als drei Tackles in einem Spiel hast, kommst du im Locker-Room und hast einen Doping-Test. Ich weiß nur, ich hatte einmal ein Sack in der Bali, Doping-Test. Ich hatte einmal zwei Sacks in der Bali, Doping-Test. Dann gibt es natürlich Sachen wie Marihuana. Vom Juli bis August wird für Marihuana getestet. Und danach wird dafür nicht mehr getestet. Das heißt, man sieht ganz viele Jungs in der Saison rauchen Marihuana. Das ist eine Sache, die ich gesehen habe. Und es ist dann wirklich, es ist egal, ob du Cokes nimmst, ob du Marihuana rauchst oder einfach ADS-Medikamente nimmst. Wenn es positiv ist, dann bist du raus für vier Spiele und dann kommst du in The Program. Und niemand will in The Program sein, weil für zwei Jahre lang kannst du, glaube ich, pro Monat zwanzig Mal getestet. Und die können zu jeder Zeit überall hinkommen. Und ich kenne einen Bekannter von mir, der war in The Program und er meinte auch, ob es morgens um sechs bei ihm zu Hause ist, abends beim Armbruch mit seiner Familie, die waren immer ready, um ihn zu testen. Jonas Meierhofer fragt, hast du schon mal mitbekommen, dass ein Team Lippenleser eingesetzt hat? Ja, auf jeden Fall. Du versuchst natürlich zu jeder Zeit irgendwas zu finden, was dir helfen kann. Im College, im College besonders, weil im College spielst du ein bisschen mehr No Huddle und du hast halt deine Play Calls. Du stehst da so. Du siehst wirklich alles. Und wir im Boston College, wir hatten drei Play Callers. Wir hatten zwei Dummy Play Caller und einer, der wirklich ist. Das heißt, die waren alle drei nebeneinander und haben alle, und dann vor dem Spiel haben wir ihm gesagt, er ist der, der die richtigen Calls gibt. Und dann standen die drei nebeneinander, haben einen Call gegeben und wir wussten genau, alles klar, das ist unser Call, einfach um die Coaches auf der anderen Seite mehr zu verwirren, dass sie nicht unsere Plays lesen können. Also das ist sehr präsent. Ist das legal? Solange es keiner rausfindet. Also es gibt schon viele Sachen, die sind so an der Grenze. Aber ich habe auch schon mal Tape vom Training von anderen Teams gesehen. Und alles, was gesagt wird, ist, ein Vogel hat mir gezwitschert, dass die das diese Woche spielen. Und auf einmal haben wir Trainingstape da. Keiner sagt irgendwas, keiner fragt das nach. It is what it is. Aber lass dich nicht erwischen, weil sonst gibt's Strafen. Patschi LP möchte von dir wissen, wie ist der Unterschied zwischen USA und Deutschland? Vom Football ist es, glaube ich, es ist schon krass. Besonders, ich denke immer an meine Jugendzeit. Wir hatten dienstags und donnerstags Training. Wir kommen eh alle zehn, 15 Minuten zu spät und haben einfach Spaß am Football. Und dann bin ich in Amerika an der Highschool und du hast vier-, fünfmal die Woche Training. Am College das Gleiche. Und einfach jeden Tag. Es ist Football, Football, Football. Es hört nicht auf. Und je nachdem, in welchem Bundesstaat du bist und gehst in den Süden, starten wie Texas. Da ist das Football wirklich eine Religion. Und es ist einfach, es ist ein ganz anderes Level. Es macht echt Spaß, wenn du da bist und es siehst. Und besonders, wenn du einen Sport so liebst. Und du siehst, wie nicht nur die anderen Spieler den Sport lieben, aber wie es gecoacht wird. Wie die Menschen, die den Sport angucken, es lieben. Das war immer ein sehr cooles Gefühl zu sehen. Aber, was für mich wirklich jetzt einer der besten Gefühle ist, ist wieder nach Deutschland zu kommen. Und zu sehen, wie diese gleiche Liebe, diese Herzliche über diesen American Football in Deutschland zu sehen. Und deswegen macht es einfach wieder Spaß, hier zu sein. Tag Tillis möchte von dir wissen, was kannst du jungen deutschen Football-Spielern raten? Nummer eins. Gute Noten in der Schule. Das ist wirklich das Wichtigste. Besonders, wenn du versuchst, die Chance zu bekommen, entweder an eine Highschool zu kommen oder ans College. Und dein Football League Crew. Guck dir die besten Spiele an der NFL im College. Wie spielen die? Versteh die Coverages. Versteh deine Position so gut wie möglich. Und wenn du dann dein Tape an eine Highschool in Amerika schickst und sie dich angucken. Und solange sie eine Sache sehen. Ich habe schon ein paar Jungs gesehen aus Afrika, aus Ghana, aus Nigeria. Und einer von denen war super schnell, super athletisch, aber er konnte auch gut über Football-Theorie reden. Und da haben die Scouts gesagt, ey, der ist nicht nur schnell und stark, sondern der versteht das Spiel auch. Und so bekommst du deine Chance. Und das würde ich, glaube ich, jedem Spieler, der nicht aus Amerika ist, raten. Liest möchte von dir wissen, was genau hat dich dazu gebracht, deine Karriere zu beenden? Ich habe das Gefühl, ich habe mehr zu bieten als nur Kasim Nebali, der Football-Spieler. Und so muss ich mir keine Sorgen machen, so hey, jetzt ist Football zu Ende, sondern es gibt noch so viele Sachen, die ich in der Welt machen möchte, die nichts mit Football zu tun haben. Also als Spieler. Und dann gehst du einfach zur nächsten Sache. Und deswegen war es eigentlich eine sehr einfache Entscheidung zu sagen, ich habe meinen Traum erreicht, das Kapitel ist zu Ende und jetzt gehe ich in die nächste Phase in meinem Leben. Hast du Pläne für die Zukunft? Ja. Und zwar, es gibt so viele Pläne. Ich möchte wieder präsent in Deutschland sein. Ich würde liebend gern Sachen im Fernsehen machen. Ich habe ja ein paar NFL-Spiele schon kommentiert. Und es macht einfach super Spaß, im Fernsehen zu sein und das Spiel, Football zu erklären. Und nicht nur als Fan alles zu beschreiben, sondern als Football-Spieler. Gleichzeitig, ich liebe es einfach mit Menschen zu arbeiten. Athletisch, footballerisch, was auch immer. Wer immer Ziele hat, so als Mental-Coach, Training-Coach und mit ein paar Leuten bin ich auch immer im Kontakt. Und es macht mir einfach Spaß, Menschen zu helfen. Und ich glaube, das werde ich in den nächsten Jahren dann machen. Last but not least, Zwinker P will von dir wissen, wer gewinnt den Super Bowl? Uh, die Bills. Die Buffalo Bills sind sehr stark geradeaus. Ich glaube, die Philadelphia Eagles-Fans würden alle gerne in den Super Bowl kommen. Aber ja, ich glaube, mein Tipp, die Bills sehen sehr gut aus dieses Jahr. Und das war meine Geschichte. Und wenn ihr mehr über mein Leben wissen wollt, ich habe ein Buch geschrieben. Dream Chaser. Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal hier. Und wenn euch interessiert, was Tankred als Notarzt über seine Einsätze in Krisengebieten zu erzählen hat, dann klickt hier. Neut Mann aus. ��at. протzen. Nach deutlich. Dar nhiêu.